Herzlich willkommen zu den Lokalzeitgeschichten. Zuerst geht es auf den Kanal, den Rhein-Herne-Kanal. Den kann man jetzt mit dem Ausflugsdampfer per Linienfahrt erkunden. Bislang gab es nur Sonderfahrten, wie z.B. bei der Extraschicht. Aber ab sofort fährt das Schiff 3-mal in der Woche zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen. Eine schöne Tour. Das ist ganz entspannt. Etwas rasanter ist da schon das, was am Zülpicher See abgeht. Das Lake Jump Festival lockt hochkarätige BMX-Sportler, direkt, Achtung, ins Wasser. Spektakuläre Sprünge von einer Rampe und dann die Landung im See. Das erfordert v.a. eins, Mut. Für den Newcomer Leon Heidemann aus Euskirchen ist das offenbar kein Problem. Ja, super. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Leon. Und Sie haben es gesehen, BMX-Rädder können offenbar auch schwimmen. Fragt sich nur, wie lange auf dem Wasser fahren. Das geht damit natürlich auch nicht. Dafür braucht man schon so was hier. Ja, nicht mit dem Auto, aber mit einem Motorboot. Unterwegs sind die Rettungsschwimmer der DLRG. Und für Fabian Kaiser ist es wirklich das Größte, am Meer im Einsatz zu sein. Als Ehrenamtlicher macht er das regelmäßig an der Ostsee im Sommer, wenn andere da Urlaub machen. Und das hier, das ist gar nicht so einfach, da die Balance zu halten. Das ist Stand-up-Paddling. Und jeder, der es schon mal ausprobiert hat, der weiß, das kann eine wackelige Angelegenheit werden. Ist aber auch ein riesiger Spaß. Allerdings, in seinem Fall geht es um wesentlich mehr. Und zwar ums Durchhalten. Denn einmal die Ruhr runter, vom Sauerland bis zur Mündung in den Rhein, das sind insgesamt 125 Kilometer. Und Jörn Schulz aus Essen will die wirklich so zurücklegen. Stehend und paddelnd. Okay, er ist Sportlehrer, hat also ausdauertechnisch mit Sicherheit einiges drauf. Aber trotzdem, lange Pausen machen will er zwischendurch nämlich nicht unbedingt. K.o., aber glücklich. Und wir, wir sind ja noch fit. Wir haben ja nur zugeguckt. Deshalb geht es jetzt auch aufs Rad. Das ist der beste Platz im Sommer. Eine ganze Sendung hatten wir schon mit den schönsten Touren im Westen. Und wir haben ja versprochen, dass das noch nicht alles war. Und zwar wird es jetzt nett. Denn wir machen eine Tour rund um die Nettetaler Seenplatte. Klingt erfrischend, muss es auch sein. Denn bei 34 Grad ist auch Fahrradfahren im Flachland. Ziemlich schweißtreibend. Trotzdem, die Tour ist wunderschön. Und mit einem Radtourführer, der die Region wie seine Westentasche kennt, geht es direkt zur Sache. Klingt super. Und diese und jede Menge weitere Touren aus dem Westen zum Nachlesen, Herunterladen und natürlich zum Nachmachen, gibt es auf unserer Seite lokalzeitgeschichten.de oder unter sommer.wdr.de. Und wir haben es gesehen. Isotonisch muss man nach einer Radtour wieder aufladen. Deshalb gibt es jetzt bei uns Limo. Hört sich im ersten Moment nach einem viel zu süßen Getränk an, das kaum den Durst löscht. Ist aber was ganz anderes. Zwar natürlich auch süß, aber bei uns selbst gemacht. Lokalzeitkoch Olaf Baumeister und sein Gast Jonas Wolke haben da einige Varianten im Angebot. Und es würde mich wirklich wundern, wenn da für Sie nichts dabei ist. Ja, und unsere Sendung heute dreht sich ums Wasser. Deshalb kommen wir hier dran nicht vorbei. Das ist im Sea Life in Oberhausen. Und damit die Besucher auch immer einen guten Durchblick haben ins Wohnzimmer der Fische, müssen die Scheiben regelmäßig sauber gemacht werden. Und klar, Fenster putzen im Aquarium, das heißt rein in den Taucheranzug. Ja, nach so viel Wasser machen wir uns zum Schluss jetzt nochmal so richtig dreckig. Tafmada kennen Sie vielleicht. Das ist ein Hindernislauf, bei dem es ziemlich krasse Hindernisse gibt. Also nichts für Zartbeseitete. Und eine etwas abgemilderte Form des Ganzen gibt es auch für kleine Schlammabenteurer. Gucken Sie mal. Ja, das ist auch die Hauptsache. Das war's von uns. Wir hoffen, Sie hatten auch Spaß am Wasser im Westen. Und wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, bis bald.